Für dich. Er ging den Leuten auf mit Geist, war agil und furchtbar heiß. Ringsmotor, er greift durch die Stadt, abwandt, ist ein Weg, kein Ende hat. Ringsmotor, er greift durch die Stadt, abwandt, ist ein Weg, kein Ende hat. Er war ein Prinz in unserer Stadt. Ringsmotor, er greift durch die Stadt, abwandt, ist ein Weg, kein Ende hat. Ringsmotor, er greift durch die Stadt, abwandt, ist ein Weg, kein Ende hat. Ringsmotor, er greift durch die Stadt. Das war's. Prinz Motore kreist durch die Stadt, er fand uns ein Weg, kein Ende hat. Prinz Motore kreist durch die Stadt, er fand uns ein Weg, kein Ende hat. Er war ein Prinz in unserer Stadt. Er verschwand aus meinem Leben. Prinz Motore kreist durch die Stadt, er fand uns ein Weg, kein Ende hat. Prinz Motore kreist durch die Stadt, er fand uns ein Weg, kein Ende hat. Prinz Motore kreist durch die Stadt, er fand uns ein Weg, kein Ende hat. Prinz Motore kreist durch die Stadt, er fand uns ein Weg, kein Ende hat. Prinz Motorik, besser gesagt, Ralf Heinz Schmidt. Und es ist ein Gerücht, dass er nicht mehr der Sänger von Stern Meißen ist. Das ist er auf jeden Fall. Aber er versucht es auch als Solist. Und die beiden Titel, die er uns heute vorstellen wird, den einen haben wir gehört. Einer kommt noch in der Sendung. Die haben uns so gut gefallen. Wir haben ihn eingeladen und wir freuen uns, dass er Fernsehpremiere hat. Hier bei uns im Jugendfernsehen bei Rund. Und er nennt sich IC.